In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Zahlen in JavaScript schreibt und wie ihr damit in der Konsole rechnet. Öffnet wieder die Konsole. Zahlen in JavaScript zu schreiben ist ziemlich einfach. Ihr tippt einfach die Zahlen ein. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, was Strings sind und habe euch erklärt, dass ihr da unbedingt Anführungszeichen drumherum haben müsst. So was ist bei Zahlen nicht der Fall. Um Kommazahlen zu schreiben, nehmt ihr einen Punkt, das ist die englische Schreibweise und die Programmierung ist ja größtenteils auf Englisch alles, und um diese Zahlen zu verrechnen, nehmt ihr die ganz normalen mathematischen Symbole, zum Beispiel 24,5 plus 0,5 sind 25. Übrigens ist es völlig unwichtig, ob ihr hier Lücken lasst oder nicht. Ich kann auch das Ganze ohne Lücken schreiben, ohne Leerzeichen. Das spielt keine Rolle. In manchen Programmiersprachen ist das wichtig. Ob oder wo ihr Leerraum macht, hier ist das egal. Mit dem Pluszeichen könnt ihr also addieren. Ihr könnt genauso gut subtrahieren mit dem Minuszeichen und teilen mit dem geteilt Zeichen, also Division. Und auf der anderen Seite das Malzeichen dient zur Multiplikation. Also, ihr könnt hier in der Konsole in JavaScript genauso rechnen wie in eurem Taschenrechner im Grunde. Das heißt, ihr wisst jetzt, dass man Zahlen ohne besondere Kenntlichmachung schreibt, Kommazahlen schreibt man mit einem Punkt, und was ich jetzt noch nicht ausführlich vorgestellt habe, ist, Minuszahlen schreibt man mit einem Minus davor. Aber das ist alles ziemlich selbstverständlich, kennt man von dem Taschenrechner und aus dem Matheunterricht. Dasselbe bei den mathematischen Operatoren. Das Plus ist für die Addition, das Minus für die Subtraktion, das Mal für die Multiplikation und das Geteilzeichen für die Division. Und dann gibt es noch einen Operator, den ich aber erst in einem späteren Video vorstellen werde. Die Konsole, also JavaScript, beachtet übrigens auch Punkt vor Strich, das heißt, wenn ich 10 plus 4 durch 2 rechne, errechnet er erst das Ergebnis von 4 durch 2 und fügt es dann der 10 hinzu. Wenn ich das nicht will, kann ich auch Klammern setzen, Klammer auf, 10 plus 4, Klammer zu, durch 2, dann rechnet er erst 10 plus 4 und teilt es dann durch 2. Eine Sache sollte man vielleicht wissen, wenn man mit Computern rechnet, Computer können nicht endlos zählen. So wie ein Computer intern aufgebaut ist, gibt es eine Begrenzung, eine höchste Zahl, die er darstellen kann. Und auf der anderen Seite auch eine niedrigste Zahl, die er darstellen kann. Die höchste Zahl ist diese hier, die endlos viele Nullen hat und die unmöglich ist, hier vorzulesen. Die kleinste Zahl ist 0,00000000 und so weiter und irgendwann kommt eine 5. In der Exponentialschreibweise ist das einfacher zu verstehen. Vielleicht kennt ihr die noch aus der Schule. Da schreibt man 1,797 zum Beispiel in diesem Fall mal 10 hoch 308. Das kann man auch mit diesem e hier schreiben, e plus 308 und der kleinste Wert mit so vielen Nullen hinterm Komma ist die Zahl hoch 10 minus irgendein Exponent. In diesem Fall 5 mal 10 hoch minus 324 oder in dieser e-Schreibweise 5e minus 324. Und das ist nämlich auch eine Schreibweise, die ihr nutzen könnt, um Zahlen in JavaScript auszudrücken. Allerdings wird das erst nützlich, wenn man extrem große oder extrem kleine Zahlen ausdrücken will. Und das kommt in der ganz normalen Programmierung eigentlich ziemlich selten vor. Ich will es hier nur einmal gezeigt haben, dass das hier auch möglich ist. Wenn ihr noch weiter hinaus wollt und bis zur Unendlichkeit wollt, das geht auch. Infinity, was englisch ist für Unendlichkeit, ist auch ein Wert, den ihr als Zahl verwenden könnt. Und dann könnt ihr mit Unendlichkeit rechnen. Dasselbe natürlich auch im negativen Bereich mit minus Infinity. Aber in der Regel, das sind alles ziemlich extreme Fälle. Also das braucht ihr in den seltensten Fällen. Viel gängiger ist das, was ich euch hier gezeigt habe. Das heißt, dass so rechnet man in der Konsole, beziehungsweise so rechnet man in JavaScript und auch in vielen anderen Programmiersprachen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr Zahlen und andere Werte miteinander vergleicht und was dieses seltsame True zu bedeuten hat. Um das nächste Video zu sehen, klickt einfach in das große Feld hier in die Mitte. Oder falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel auf css3html5.de, bleibt einfach dran. Und dann geht das 7a-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Vielen Dank.